Seit einigen Jahren bin ich fast nur mehr online in der Beratung unterwegs. Ich habe da doch ein bisschen was drüber gelernt. Wenn du wissen möchtest, wie ich das mache, dann komm in einen von unseren Gratis-Workshops. In drei Stunden kannst du wirklich einiges Neues sehen und ich plaudere dann auch aus dem Nähkästchen. Komm doch vorbei!